Musik Vom somalischen Nomadenmädchen zum Supermodel und Symbol für die Stärke der Frauen. Boris Deary hat mit ihrer Lebensgeschichte im Buch Wüstenblume bereits ein Millionenpublikum berührt. Im Oktober ist ihr beeindruckender Weg, als Musical im deutschen Theater zu sehen. Wir sind glücklich. Wissen Sie, was das bedeutet? Es in Deutschland zu schaffen, heißt es in der Welt zu schaffen. Das bedeutet, das Musical geht in die Welt hinaus. Danke, Deutschland. Das Musical zeigt auf eindrucksvolle Weise die Geschichte von Boris Deary. Geboren wurde sie in Somalia als Kind einer Nomadenfamilie. Mit fünf Jahren musste sie die Genitalbeschneidung erleiden. Mit 13 ist sie vor der Zwangsheirat geflohen. Später wurde sie dann in London als Model entdeckt. Ich wollte das Stück unbedingt als ein Paradebeispiel für neues Musiktheater mit zeitgenössischen Inhalten bei uns unbedingt zeigen. Also die Beschneidung ist sicher kein Thema, wo man denkt, da kann man ein tolles Musiktheater draus machen. Aber es ist gelungen und das Stück hat eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung und eine unglaublich positive Aussage. Die Hauptrolle im Stück spielt Schauspielerin Carrie Jean und das schon seit der Uraufführung 2020 in St. Gallen. Für die Amerikanerin etwas ganz Besonderes. Wie sich dieses Charakter sich entwickelt, das ist wirklich eine Reise. Sie erlebt viel in dem Stück und das macht viel Spaß für Schauspielerinnen. Die Musik kommt von Uwe Fahrenkrog-Petersen. Er ist einer der erfolgreichsten Komponisten Deutschlands. Mit Wüßenblume hat er sein erstes eigenes Werk komponiert. Das ist die packende Story. Die hat alles. Die hat ein Happy End. Die heißt dramatisch. Man muss weinen. Die ist komisch. Man muss lachen. Und am Schluss geht man raus mit dem Gefühl, jeder von uns kann die Welt retten. Und das war die Story, nach der ich gesucht habe. Und dann war es klar, dass ich das machen wollte. Wüßenblume vom 4. bis zum 15. Oktober im Deutschen Theater.